ja hallo und willkommen zurück in wo auch immer Schlacht und Mittelerde wo wir uns sind wir sind gerade dabei hier ein kleines Lager von denen zu platzen zu machen aber nur ein kleines das Lager können wir dann gleich schnappen uns was war das denn oh oh die müssen weg hier geht man hier über und macht da drückt Platz geht um das so dann wird dieses Land unter der Pulte so alle weg machen alle weg machen alle weg machen seid ihr bereit verschont keinen von ihnen la 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 da kommen eben Belagerungsverhalten hier ernsthaft hier kommt alle mal mit hier so wartet mal kurz hab grad ne Sims bekommen mal schauen ist das der Feind die Soldaten aus Ruhm sind angekommen kommt mal weiter kommt mal weiter ja da oben die Typen die gehen mir auf den Sack da oben ist noch ein Lager dann machen wir erst mal das oben bereit Platz so die Soldaten Ruhm ist Formation halten so Sägewerk 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 oh Sägewerk 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 Nehmt dieses Gebiet he here So. Sollte dann auch langsam mal das Ding hier erweitert werden, weil so langsam gehen ja die Einheiten aus. So. Da. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, die scheiß Elben da unten. Nieder mit den Feinden Saurons! Auf sie! Kniet nieder vor Sauron. Noch mehr Radrin sind gekommen. Auf, Rathodaten Runes! Der Westen wird fallen. Das ist ihr Ende! So, weg damit. Ne, da sind ja noch einer. Da drin ist noch einer. Soldaten Super! Also ehrlich. Die Soldaten aus Runes sind angekommen. Wie sieht's denn aus? Sie greifen uns an! Macht euch kampfbereit! So, ihr geht mal hier hin. Schreibt das ja alles an, ja. Werft ihre Anführer nie da! Ohrgruppe ist jetzt endlich erweitert. Können wir auch endlich mal hier. Macht euch kampfbereit! 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 Ihr könnt ja nicht zusammengeführt werden. Naja. Geht ihr halt hier mit zu denen. Alle mal auf ihre Posten! Ah, liebe Soldaten! Nieder mit den Feinden Saurons! So, er hat mich halt zurück. Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Soll das! Nein! 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 Wir haben aber heute mit dem Feindbogen schützen! Ja. Macht mal weiter. Hier. Das Ding tut. Gut machen hier. Alles platt machen. So. Hier in der Mitte. Mal das Ding reinrollen. Die Leute kämpfen wir für Mordor! Der Feind reicht uns an! So. Weg damit hier. Auch diese Belagerungswerke hier, die haben uns einiges gekostet. Muss nicht sein. Ja. Bogenschützen wieder mal. So. So. Du. Männer, Herr Arzt! Soldaten! Alle hier rein, ja. Verteidig das Lager! Der Westen wird fallen! So. Die können mit dem Lager erstmal machen, was sie wollen. Aber wir machen erstmal mit dem Lager, was wir wollen. Wir haben aber heute gewartet, Bogenschützen! Magenschützen! Perk diziken! Sie? Der переическая ja man ja jetzt hier so eine neue order ox wo haben wir ein paar bogenschützen da hier dann auch platt machen weg ist es damit haben wir neues lager gleich zumindest 2000 na komm , verstehst du? ja, das erste was wir bauen ist natürlich wir haben auf euch gewarnt, wir haben uns geschlüsselt wir haben auf euch gewarnt, wir haben uns geschlüsselt da wird man sich so geplündert, während die wieder unten beispielsweise denn Belagerungswerke haben wir nämlich noch nicht Hier mal da, so, so, hier geht man da mit rein, endlich kann ich hier aufrüsten, so, so, alles, was ich wollte, war das. Bleibt wachsam, macht euch kampfbereit, hoch mit euch, nach Augenbogen schützen, seid ihr bereit? Gibt hier noch welche? Ihr gehabt doch gerade was? Ja. Zack. Und dann ihr, auch alle, die hier, die freut ich nicht, die könnten noch, ab, der Pepp, was ist mit euch, so, ihr habt auch, nein, ihr habt doch gar nichts habt ihr. Entschuldigung. So, jetzt wird es Zeit, dass wir da unten mal ein bisschen Eier machen, oder so. Mhm, Belagerungsmaschinen, ja, kann ich leider nicht bauen, aber das kommt vielleicht noch. Ja, hatte ich vor. Wir werden angegriffen! Männer des Ostens! Marsch Soldaten! So, gehen wir da mal drück. Heute kämpfen wir für Morde! Ja, la, la, la. Erobert dieses Land, für Sauron! Ah, ne, brauchen wir nicht, gehen wir hier hinter, brauchen wir auch nicht. Können wir mal gucken, was es hier noch gibt. Da ist nur ein Gehöft. Da ist ein Gehöft. Da ist ein Gehöft. Sauron wird dieses Land unterwerfen. So, wir gehen jetzt erstmal hierher. Marsch Soldaten! Oha, die haben aber auch alle zugerufen gleich. Zurück! Zurück! Mein Olifan! Die Schweine! Die haben den Olifanten von mir plattgemacht. Sind die voll fies! Mein Olifan! Mein Olifan! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Der Feint ist in unserem Lager! Mmh! Mh! Hm, nööö! .. VOR ART SKR DID I DER WOMW! SOR Bahn, GENCC. Oiii, oiii ! Da war aber auch was los! So, mein Belagerungsflicky, Grubus! So ist es, so. So, das Ding weg. Neuer Olifant, schön. So, ein Katapult haben wir zur Sicherheit auch. Gut, jetzt haut das Ding weg hier. So, wir gehen jetzt mal rein hier. Kommen wir ja nie fertig hier. Sie greifen uns an! So, wir gehen jetzt mal rein. So, wir gehen jetzt mal rein. Dann ziehen wir mal wieder zurück, damit wir die nicht verlieren. So, wir haben ja doch verloren. Oh Mann, oh. So, komm du mal mit hier. Wer ist der Nächste? So, Mistvieh. Machen wir jetzt das Torblatt. Ach, Mann. Das ist so eine Materialschlacht hier bei den Leuten hier bei den Orks. Achtung Bogenschützen! Macht euch bereit! Wir haben den jetzt schon wieder gerufen, die Pfeifen. Wir wimmelt es von Zeiten! Das ist so eine neue Orks. So, damit wäre das Ding wohl schon nie erledigt. Okay. Ich hätte mich jetzt auch da anders gewundert nicht. Zack, 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 zack. Hier geht mal hier mit denen hier zusammen. Bogenschützen nach hinten! so was können sie nur angreifen das kann da passieren hier die können tatsächlich ach so ja das sind die rohiren sind aber auch stark ist nicht wahr na gut jetzt sind sie weg das heißt wir bauen hier wieder alles auf und wir machen erst mal eine folgende pause würde ich sagen freut mich dass ihr wieder eingeschaltet bis zum nächsten mal bis denne tschüss